Wir schaffen was und hier draußen sieht man ja schon, dass wir große Dinge bauen. Das ist natürlich Faszination pur, wie so eine große Maschine einfach funktionieren kann. Es ist jedes Mal ein kritischer Moment, auch für uns, darum mit sehr viel Gefühl muss ja der Backefahrer arbeiten. Der Tunnel ist fertig und den habe ich mitgebracht. Wenn der einen Fehler macht, dann kann das Menschen neben Kostlo die Schäden extrem hoch sein. Großbaustelle bei Kirchheim-Unterteck bei Stuttgart. Eine neue Zugstrecke zwischen Wendlingen und Ulm führt die Deutsche Bahn durch das Alpvorland. Mit zwei mehr als 100 Meter langen Tunnel-Vortriebsmaschinen bohren sich rund 200 Mineure durch die schwäbische Erde. Anderthalb Jahre dauerte es, bis die Tunnelbauer acht Kilometer weiter westlich auf der anderen Seite wieder ans Tageslicht kommen. Überwacht wird der Vortrieb von sechs Schichtingenieuren, darunter vier Frauen. Was vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre, denn Frauen im Tunnel brachten angeblich Unglück. Bauingenieurin Sarah Gitzen begutachtet den Fortschritt. In der Südröhre sind schon 205 Meter geschafft. Wir fahren den Vortrieb mit der Maschine auf. Das heißt, vorne ist das Schneidrad mit einem Durchmesser von 10,87 Meter. Das frisst sich durch den Felsen. Wenn die Vortriebslänge erreicht ist, bleibt die Maschine stehen und wir können dann in der Maschine die Tübinger einbauen. Das sind sieben Stück, das heißt sechs mit einem großen Schlussstein. Das heißt, wir können Vortrieb und Innenschale in einem gleich herstellen. Tübinge sind Fertigbauteile aus Stahlbeton, die zu Ringen zusammengebaut werden und so die Tunnelschale bilden. An guten Tagen schaffen es die Menüre, 15 Ringe in 24 Stunden einzubauen. Noch sieht das aber anders aus. Wir sind in der Anfahrsituation noch, da ist es immer am Anfang ein bisschen langsamer. Die Mannschaften müssen sich erst aufeinander einspielen, die Maschine kennenlernen, jede Maschine reagiert anders, handelt anders. Aber wir sind schon ganz zufrieden und jetzt wird es auf jeden Fall auch zügig weitergehen. Gesteuert wird die Tunnelbohrmaschine, kurz TBM, aus einem unscheinbaren Container im Nachläufer der Maschine. Kamil Popovic kontrolliert das Gerät in der Nordröhre, das einen Monat später gestartet ist, als die Südmaschine und noch zur Hälfte außerhalb des Tunnels steht. Wir sind fast fertig für den Start, um den kompletten Erdhaushub für Ring 19 zu machen. Ich zeige euch den Startprozess. Ich muss als erstes die hydraulischen Ölpumpen starten. Der gesamte Startvorgang dauert einige Minuten. Ich starte den Burggopf. Ganz einfach, nur einen Knopf. Jetzt startet er. Unser Förderband läuft. Der Burggopf läuft mit zwei RPM, also zwei Rotationen pro Minute. Das ist unsere Schneidradverschiebung, eine Art Gelenkverbindung. Wir fahren jetzt auf Automatik. Wenn das Förderband bereit ist, können wir mit dem Ausschub beginnen. In der Vortriebsphase pressen Hydraulikzylinder das Schneidrad mit einem Druck von bis zu 400 Bar gegen die Ortsbrust. 140 Schneidrollen graben das Erdreich ab. Ein spezieller Schaum hilft dabei. Dieser Knopf ist für das Schaumsystem. Der Schaum macht das Material feuchter und leichter auszuheben. Manchmal hat es eine schwierige Konsistenz. Zu feucht oder zu trocken. Also benutzen wir eine Mischung aus Wasser, Luft und Tensiden für den Schaum. Jetzt muss ich mal für zwei Minuten weg, um das Schaumsystem neu zu starten, weil ein Sensor ausgefallen ist. TBM-Fahrer müssen ihre Maschine genau kennen. Ein Sensor schlägt Alarm. Popovic profitiert von seiner Erfahrung. Es war nur eine Verstopfung. Kleiner Sensor, großes Problem. Bei jedem Tunnelbau warten auf die Mineure neue Herausforderungen. Welche Vortriebsart gewählt wird, hängt unter anderem von der Geologie des Geländes ab. Beim Alpvorlandtunnel kommen konventionelle Vortriebsarten wie Sprengen aus einem anderen Grund nicht in Frage. Wir fahren unter der Autobahn entlang. Also wir sind hier direkt neben der A8, kurz vor Stuttgart. Und das Sprengen würde sehr große Erschütterungen hervorrufen. Das ist mit der Maschine dann angenehmer, weil wir keine Erschütterungen erzeugen. Die Anwohner über uns merken von der Maschine gar nichts. Für das Projekt waren monatelange Vorbereitungen notwendig. Denn die Maschinen mussten neu gebaut werden. Zunächst wird die Maschine, bevor sie überhaupt mal bei uns auf der Baustelle landet, im Werk hergestellt, konstruiert. Es wird sich überlegt, welche Anforderungen werden von uns gestellt, beziehungsweise welche Anforderungen stellt das Projekt. Das Werk liegt in Schwanau in Baden-Württemberg und gehört der Firma Herrenknecht. Das mittelständisch geführte Unternehmen hat sich auf Tunnelbohrmaschinen spezialisiert und ist Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Dann wird die Maschine im Werk hergestellt. Wir waren dann da, haben eine Werksabnahme gemacht. Das heißt, die Maschine ist komplett aufgebaut und läuft im leeren Raum sozusagen. Es werden auch keine Tübingen gebaut, aber es wird eine Probefahrt gemacht. Tunnelvortriebsmaschinen bestehen aus mehr als 90.000 Teilen. Herrenknecht baut Maschinen mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern bis 19 Metern. Die Größe des Schneidrads richtet sich danach, wie breit am Ende die Tunnelröhre werden soll. Der Nachläufer wird auf Radkästen, die sich am Tunnelrand abstützen, nachgezogen. Mehr als 200 Parameter stimmen die Hersteller auf jedes Projekt ab. Schnäppchen sind die gigantischen Bohrer nicht. Jede der beiden Maschinen kostet 15 Millionen Euro. Wenn alles in Ordnung ist und die Maschine wurde abgenommen, wird sie wieder in mehrere Einzelteile zerlegt, wird in mehreren Fahrten hier hingebracht. Fast 200 Kilometer haben die Einzelteile so bis zur Baustelle zurückgelegt. Bis zum ersten Andrehen dauert es noch weitere sechs Monate. Hier sollte man besser keine Teile verwechseln, denn die beiden Tunnelbohrmaschinen sind spiegelverkehrt konstruiert. Dann wurde sie mit einem 1200 Tonnen Kran in den Vorhandschnitt runtergehoben und hier dann zur endgültigen Maschine zusammengebaut. Die Züge werden am Ende durch zwei eingleisige Röhren fahren, die durch Querschläge miteinander verbunden sind. Das Besondere ist, dass jede Röhre oder jeder Tunnel die eigene Maschine bekommt. Und das ist schon besonders. Normalerweise gibt es nur eine Maschine, die dann zurückgezogen wird und für die zweite Röhre verwendet wird. In der Südröhre in Kirchheim-Unterteck ist die Maschine bereit für den Bau von Ring 19. Zunächst muss Popovic sein Arbeitsgerät dafür zwei Meter weiter durch den Berg steuern. Jetzt sind wir bereit, die Maschine zu schieben. Das ist die Klappe für den Schneckenförderer, der das Material von vorne befördert. Jetzt öffne ich die Klappe und starte den Schneckenförderer. Jetzt starte ich den Vortrieb. Jetzt bewegen wir uns. Hier sehen Sie die Geschwindigkeit der Maschine. Wir bewegen uns mit 20 Millimetern pro Minute. Das ist nicht Höchstgeschwindigkeit. Aber am Anfang können wir noch nicht die volle Kraft der Maschine nutzen. Das ist wegen der Antriebskolben am Ende der Maschine. Wenn wir Vollgas geben, drücken wir unsere Ringe aus dem Tunnel heraus. Das ist gefährlich. Das Erdreich wird beim Abbau konditioniert und anschließend mit Hilfe eines Schneckenförderers abkransportiert. Als TBM-Fahrer muss Popovic sein Förderband stets im Blick behalten. In dieser Kamera kann ich die Beschaffenheit des Abraums sehen. Das ist wichtig. Es darf nicht zu fest oder zu flüssig sein, damit er auf dem Band bleibt. Unser Bohrkopf hat eine Geschwindigkeit von zwei Umdrehungen pro Minute, aber der Schneckenförderer ist viel schneller. Er hat jetzt eine Geschwindigkeit von 4,5 bis 5 Umdrehungen pro Minute. Momentan ist das Förderband vielleicht 500 Meter lang, aber am Ende ist der Tunnel acht Kilometer lang, also wird das Band jeden Tag länger und länger. Die Beschaffenheit des Materials muss dafür sehr gut sein, damit wir kein Problem haben, den Abraum bis zum Absetzer zu befördern. Das Material wird über zwei Förderbänder auf mehrere Haufen verteilt. Wo der Abraum hinkommt, ist genau festgelegt. Das große Gelände ist jedoch nur Zwischenlager für den Erdbrei. Bevor dieser abtransportiert werden kann, muss er noch weiter bearbeitet werden. Wir befinden uns hier gerade bei dem Absetzer West. Das ist der Absetzer für die Nordröhre. Jede Maschine hat seinen eigenen Bereich, wo der Abraum abgeworfen wird. Hier wird im Moment das Material gekalkt. Das Kalken macht man, damit es wieder eine neue Festigkeit annimmt oder eine neue Form annimmt, mit der das Material dann über LKW abgefahren werden kann. Etwa 180 Schwerlaster bringen täglich den Abraum zu Deponien im süddeutschen Raum. Insgesamt kommen in anderthalb Jahren 3,2 Millionen Kubikmeter Bergschutz zusammen. Ein Teil wird direkt wiederverwendet, um Lärmschutzwelle zu errichten. Es kommt immer darauf an, wie schnell wir fahren, wie viele Ringe bauen. Es ist immer unterschiedlich, wie viel am Tag ankommt. Wir versuchen immer pro Haufen, der auf einem Absetzer produziert wird, 500 Kubik runterzulassen. Und dann wird der Absetzer geschwenkt und dann werden die nächsten 500 Kubik Haufen hergestellt. Der fertige Tunnel besteht am Ende aus 54.000 Tübbingen. Die Stahlbetonteile werden ringförmig aneinandergesetzt und bilden die Sicherung für den Tunnel. Hergestellt werden die Tümminge in Sichtweite auf der anderen Seite der Autobahn. Das Werk wurde extra für die Tunnelbaustelle errichtet. Während der gesamten Bauzeit wird hier Nachschub für den Tunnel produziert. Bis zu 150 Elemente verlassen das Werk pro Tag. Katharina Kresse leitet das Werk und überzeugt sich persönlich von der Qualität ihres Produkts. Wir haben hier eine Standfertigung. Das bedeutet, dass wir hier die Schalung stehen haben. Wir haben insgesamt 77 Schalungen. Es gibt elf Ringe, die wir an einer Belegung fertigen können. Die Schalung an sich füllt ungefähr vier Kubik. Das heißt, wir füllen zweimal Beton ein. Der Beton wird eingefüllt. Da wird gerüttelt, verdichtet. Dann werden die Schalungen in der Rückkehr abgeschossen, abgezogen, Schalung zugemacht und abgedeckt. Stahleinlagen verleihen dem Tübingen eine höhere Zugfestigkeit. Um Bläschenbildung zu vermeiden, wird der Beton gerüttelt. Durch die Herstellung in den Schalungen können die Bauelemente millimetergenau gefertigt werden. Ungefähr nach 8,5 Stunden können wir den Stein entschalen. Dann ist er noch relativ warm und frisch. Deswegen geht er dann da hinten in unser Zwischenlager, liegt dort noch mal ungefähr für 24 Stunden und geht dann raus auf das Außenlager. Das Außenlager befindet sich auf dem Baufeld Ost. Hier warten die Steine auf ihren späteren Einbau in den Tunnel. Knapp einen Monat verbringen die Bauteile an der frischen Luft. Auf den ersten Blick sehen alle Bauteile gleich aus. Aber Tübingen ist nicht gleich Tübingen. Der schwerste Stein wiegt 10,5 Tonnen. So viel wie zwei ausgewachsene afrikanische Elefanten. Sarah Gitzen achtet darauf, dass die Tunnelsegmente ihren richtigen Platz finden. Wenn die Steine vom Tübingwerk kommen, dann haben wir drei verschiedene Lagerplätze, wo wir die Steine einsortieren können. Das ist natürlich alles vorher, wo sich das überlegt, wie die Steine eingelagert werden. Das ist kein wahlloses System. Jeder Stein hat am Ende seinen Platz. Welcher Lagerplatz, welche Reihe. Und wir wissen ganz genau, wo jeder Stein sich befindet. Tübinge haben angeschrägte Kanten, was den Bau von Kurven erleichtert. Auf geraden Strecken werden die Tunnelringe abwechselnd um 180 Grad versetzt eingebaut. Wir bauen im Tunnel Links- und Rechtsringe ein. Insgesamt aus sieben Steinen besteht ein Ring. Die werden hier alle eingelagert. Da muss natürlich beim Transport in den Tunnel drauf geachtet werden, dass die richtigen Steine zum zugehörigen Ring runtergefahren werden. Gar nicht so leicht da, den Überblick zu behalten. Eine sorgsam geplante Lagerung verhindert, dass es beim Bau zu Verwechslungen kommt. Jeder Tübingen hat seine eigene Nummer, seine Identifikationsnummer. Und über diese Nummer können wir jederzeit herausfinden, wann wurde dieses Segment hergestellt, wann wurde es zu uns rübergebracht, eingelagert und schließlich auch, wann es im Tunnel eingebaut wurde, beziehungsweise auch wo. Der Einsatz von Tübingen setzte sich im Alpenraum bereits vor 100 Jahren im Tunnelbau durch. Die Fertigbauteile ermöglichen einen effizienten Bau mit Tunnelbohrmaschinen. Rund um die Uhr wird im benachbarten Tübingen-Werk gearbeitet. In der 72 Meter langen und 35 Meter breiten Halle stellen pro Schicht 35 Menschen ausschließlich Tübingen her. Die Tunnelbauteile sind exakt zwei Meter lang und keinen Zentimeter länger. Werksleiterin Katharina Kresse achtet penibel darauf, dass ihr Team absolut präzise arbeitet. Wir haben in hoher Länge eine Toleranzvorgabe von 0,3 Millimeter, die wir auch einhalten. Also es sieht ziemlich groß aus. Man denkt immer, es ist auf der Baustelle passt schon irgendwie, aber bei uns in Tübingen haben wir sehr hohe Toleranzabtoleran. Und das bei einem Außendurchmesser von 10,5 Metern und einer Dicke von 45 Zentimetern. Ein Ring besteht aus sieben Tübingen. Davon sind vier Standardsteine. Dann haben wir einen K-Stein, das ist immer der mit den schrägen Kanten. Der wird als letztes reingeschoben mit Schlusssteinen. Und dann haben wir die Gegenschlusssteine, die quasi den Ring komplizieren. Wie gesagt, ein Ring sind sieben Steine. Wir haben als Standardringe einen rechtsbauenden Ring und einen linksbauenden Ring. Und dann gibt es noch diverse Sonderringe für Querschläge oder Ankerschienen und sowas. Nach einer abschließenden Qualitätskontrolle werden die Tübinge für den Transport zur Baustelle verladen. Die Halle wird in Zweischichtbetrieb betrieben. Das heißt, wir haben 24 Stunden am Tag Betrieb, 5,5 Tage die Woche. Und liefern dann kontinuierlich die Steine raus Richtung Außenlager, oben auf der B-Ost an der Maschine. Von dort werden dann die Maschinen versorgt. Im Zwischenlager liegen die Steine ungefähr 28 Tage, bis sie eine 28 Tage Festigkeit erreichen. Zum Schluss erhalten die Tübinge noch Dichtungsbänder, damit die Tunnelschale kein Wasser durchlässt. Dann geht es immer paarweise ins Außenlager. Sarah Gitzen landete direkt nach dem Studium im Tunnelbau. Vorbehalte gegenüber Frauen im Tunnel erlebte sie nicht. Auch deshalb hat sie ihre Entscheidung, unter Tage zu arbeiten, nie bereut. Es macht einfach Spaß. Es ist beeindruckend, in so einer Maschine zu arbeiten. Es ist einfach eine Freude, zur Arbeit zu gehen und Tunnel zu machen und Vortrieb zu machen. Und an Stellen zu sein, wo vorher noch keiner war. Also, wir sind die Ersten, die jetzt an diesem Ort sich aufhalten können. Einmal Tunnelbauer, immer Tunnelbauer. Also, wenn man Tunnelbauer liebt, dann bleibt man auch da. Ich habe noch nichts anderes gemacht und meine Kollegen auch nicht. Für den Bau des Alpvorlandtunnels kommen erddruckgestützte Maschinen zum Einsatz. Durch die Vortriebspressen wird ein sogenannter Stützdruck auf das Aushubmaterial übertragen, um einen unkontrollierten Einsturz des Tunnels zu verhindern. Der Tunnelbauer in der Nordröhre ist derweil angefahren. Wir müssen hier verschiedene Parameter kontrollieren, wenn wir Vortrieb machen. Wenn ich Material aushebe, balanciere ich den Druck vorne aus. Wenn ich zu wenig Druck habe, kann die Decke über mir einstürzen. Wenn ich zu viel Druck habe, kann das Erdreich nach außen gedrückt werden. Also muss ich die Balance finden zwischen zu niedrigem und zu hohem Druck. Deshalb wird die Maschine EPB-Maschine genannt, Earth Pressure Balance, auf Deutsch Erddruck Balance. Acht Kilometer weiter westlich sollen die beiden Stahlbohrer 18 Monate später wieder aus der Erde herauskommen. Der Ausgang der Nordröhre ist bereits geöffnet. Auf dieser Seite wird sogenannter konventioneller Vortrieb gefahren. Der Untergrund besteht zu Teilen aus eher weniger festem Tongestein. Schichtleiterin Karolina Pozowska achtet deshalb besonders auf Sicherheit. Aufgrund der Geologie, die wir hier anstehen haben, öffnen wir mit einer sehr, oder ist der konventionelle Vortrieb hier in einer sehr hohen Vortriebsklasse. Und eine sehr hohe Vortriebsklasse heißt, dass wir hier eine hohe Sicherung haben. Hier sieht man das sehr gut, hier haben wir, wie man es halt erkennen kann, ein Sägezahnprofil. Das Profil weitet sich auf, aufgrund dessen, dass wir alle sieben Abschläge, Abschläge sind ja bei uns die eineinhalb Meter, die sieht man hier jetzt leider nicht, ein Rohrschirm einbauen müssen. Dieser Rohrschirm ist ein 140 Millimeter Durchmesser, Stahlrohr, zwölf Meter lang und wird dann mit Zement verpresst. Das ist quasi für unsere Köpfe die Sicherung, um den Ausbruch zu machen. Abschlagstiefen bezeichnen den Bereich, der ohne Sicherungsmaßnahmen geöffnet werden kann. Um den Tunnel zu stützen, wird die Außenschale mit Spritzbeton hergestellt. Besonders am Anfang des Tunnelbaus stehen die Sicherungsmaßnahmen im Vordergrund. Die Mühre arbeiten sich in Schritten von 1,20 Meter Länge in den Berg hinein. Der konventionelle Vortrieb ist mühsam, das weiß auch Puzorska. Derzeit füllen wir hier unser Kalottensohlgewölbe mit Schottermaterial aus. Wie man hier sehen kann, ist das Kalottensohlgewölbe rund ausgebildet. Um einfach mit den Geräten hier reinfahren zu können, dass sie eine Standfläche haben, müssen wir es mit Schotter wieder auffüllen. Dieser Schotter, der wird so wie er hier auch liegt, wieder ausgebaut, wenn wir dann den kompletten Ringschluss, das heißt den kompletten Regelquerschnitt, dann mit Strosse und Sohle öffnen. Begonnen wird mit der Kalotte, dem oberen Bereich der Tunnelöffnung. Als zweites folgen die unteren zwei Drittel, die sogenannte Strosse. Trotz des großen Aufwands lohnt sich der konventionelle Tunnelvortrieb an dieser Stelle. Wir sind natürlich, was die Vortriebsleistung angeht, etwas langsamer als ein Maschinenvortrieb, ein TBM-Vortrieb. Wir können aber dadurch auch verschiedene Querschnitte öffnen. Also wir können verschiedene Größen realisieren und das kann natürlich eine Tunnelbohrmaschine nicht. Sie hat ihren Standarddurchmesser und den fährt sie auch auf und wir sind da sehr flexibel. Wenn alles glatt geht, sollen die Menüre in der Nordröhre auf die Tunnelbohrmaschine treffen. Der Treffpunkt ist klar definiert. Nach 134 Tunnelmetern kommt hier ein Verbindungsbauwerk. Das ist ein Aufweitungsbauwerk und es folgt dann die Anbindung an die Güterzug-Anbindung. Und deswegen kann die TBM, die hat einen bestimmten Durchmesser und deswegen fahren wir hier den konventionellen Vortrieb auf. Die Tunnelröhre ist vorbereitet für den 44 Tonnen schweren Tunnelbagger. Auch Karolina Puczowska ist gespannt, was sie im Gestein erwartet. Für die Ingenieurin ist Tunnelbau ein Traumberuf. Während des Studiums machte sie ein Praktikum auf einer Tunnelbaustelle mitten in Stockholm. Eine Erfahrung, die sie seitdem nicht mehr losließ. Wenn man das einmal mal miterlebt hat, wie eine Sprengung oder auch die ganzen Vortriebsarbeiten eigentlich unter Tage ablaufen und die ganze Mentalität und Arbeitsweise dann... Also ich wurde total angefixt und es hat mir dann auch so einen Spaß gemacht, dass ich das im Masterstudium vertieft habe und auch eigentlich nur solche Stellen gesucht habe. Es ist halt einfach kein Standardberuf und es ist auch keine Standardbauweise beim Tunnelbau. Du machst einen Meter auf und du siehst, dass vielleicht etwas ganz anderes vor dir steht, als vielleicht ursprünglich geplant ist. Man muss sofort reagieren mit verschiedenen Sicherungen oder an einer etwas anderen Bauweise. Man hat halt einfach immer Überraschungen und der Alltag wird nicht langweilig. Und man weiß nie, was im Untergrund eigentlich los ist und ich glaube, im Bau ist das schon etwas sehr Spezielles. Bis zu 63 Meter Überdeckung trägt der fertige Tunnel. Am Ende wird der Alpvorlandtunnel einer der längsten Eisenbahntunnel in Deutschland sein. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Während sich der Bagger im Westen mühsam durch den Berg schaufelt, gräbt sich die TBM auf der Ostseite mit sieben Meilenstiefeln ins Erdreich. Der Vortrieb für den nächsten Ring läuft. Mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Stunde. Kamil Popovic muss dafür sorgen, dass sein Bohrer am Ende auch wirklich an der richtigen Stelle wieder aus der Erde kommt. Während des Erdaushubs muss der TBM-Operator die ganze Zeit das Ziel der Maschine im Auge behalten. Das ist unser Auge. Es erfasst alles hier drin. Ohne das könnten wir nicht fahren. Wir würden zu weit rechts oder links fahren. Dann hätten wir ein großes Problem. Unser Ziel ist natürlich in der Mitte. Der Pfeil ist die TBM. Hier ist die Vorderseite und hier die Rückseite. Vorne geht unser Front 6 Millimeter höher und 3 Millimeter nach links. Das ist also ein sehr präziser Vorstoß. Hier ist die Richtung. Unsere Richtung ist minus 23. Das bedeutet, wir verringern unsere Höhe die ganze Zeit um zwei Zentimeter. Weil die TBM tiefer und tiefer fahren muss, damit wir unter die Autobahn kommen. Während TBM-Operator Kamil Popovic die Maschine sicher ans Ziel bringt, kümmert sich Maschineningenieur Uwe Stenner mit Begeisterung um die Technik der beiden Tunnelbohrer. Bis an ihr Lebensende. Da gibt es Unterschiede. Die Südmaschine wird wahrscheinlich rausfahren, wird demontiert und komplett an den Hersteller zurückverkauft. Bei der Nordmaschine wird sie wahrscheinlich, es gibt auch Varianten, wo sie im Berg stehen bleibt. Dann wird das ganze Nachläufer-System zurückgezogen und geht auch zurück an den Hersteller. Und die Maschine selber wird ausgekernt, Teile gehen zum Hersteller und ein Teil bleibt im Tunnel und ist verloren. Weil die meisten Tunnel immer grundsätzlich verschiedene Durchmesser haben. A, oft wegen der Bodenverhältnisse, ein verschiedenes Vortriebsverfahren, dass ich ein Hydroschild brauche oder ein EPB-Schild oder ein Hartgesteinsschild. Zusätzlich aber auch noch, dass wir immer verschiedene Durchmesser haben. Und wenn ich jetzt hier haben wir einen Durchmesser von 10,88, wenn der nächste Tunnel jetzt einen Durchmesser von 9,50 Meter hat, kann ich mit Teilen der Maschine was anfangen, aber mit dem größten Teil nicht, weil er zu groß ist. Passt nicht rein, also muss ich die Teile ersetzen. Und da wir fast überwiegend mit unterschiedlichen Durchmessern arbeiten, ich kann dann im Zentimeterbereich was machen, aber wenn es mehr wird, passt es einfach nicht mehr. Am vorderen Ende der Tunnelbohrmaschine befindet sich das Schneidrad, das mit 52 Schneidrollen und 140 Schälmessern belegt ist. Betrieben wird das Rad mit einer Leistung von satten 4.400 Kilowatt, was fast 6.000 Pferdestärken entspricht. Mit 190 Tonnen wiegt das Schneidrad etwa so viel wie zweieinhalb Diesel-Loks der Deutschen Bahn. Für Uwe Stenner sind die beiden Tunnelbohrer nicht einfach nur Arbeitsgeräte. Das ist meine Maschine, mit der mache ich meinen Vortrieb und hinterher ist auch jeder stolz, der Tunnel ist fertig und den habe ich mitgebaut. Also das ist grundsätzlich der Antrieb von einem Tunnelbauer eigentlich, dass er sagt, hier habe ich was gebaut. Tunnelvortrieb ist eine harte und gefährliche Tätigkeit. Besonders in der Frühphase des Tunnelbaus im 19. Jahrhundert forderte der Erdaushub viele Todesopfer durch Unfälle, aber auch Menürkrankheiten wie Bleichsucht. Ein Aberglaube hat sich aus jener Zeit erhalten. So darf eine Frau auf keiner Tunnelbaustelle fehlen. Das ist die Figur der heiligen Barbara. Das ist die Schutzheilige der Bergleute und Tunnelbauer. Barbaratag ist am 4. Dezember. Das wird auch von den Tunnelbauern sehr ernst genommen. Also am 4. Dezember ist eigentlich auch speziell im mitteleuropäischen Raum auf jeder Baustelle ein Feiertag. Es wird normalerweise nicht gearbeitet. Es gibt eine Zusammenkunft meistens mit einer Segnung oder einer Prozession manchmal auf der Baustelle. Manchmal auch mit Pastor oder Priester in der Kirche. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Aber auf alle Fälle ist es quasi ein Feiertag für die Bergleute und die Tunnelbauer, der hier in diesem Raum immer noch begangen wird. Wir kaufen sie. Manchmal hat sie auch einen Tunnelbauleiter oder einen Projektleiter in Besitz und stellt sie hier zur Verfügung. Es wird die Barbara hier aufgestellt. Die Aufstellung wird sie eingeweiht, auch wieder mit einer Segnung. Die Segnung findet während der Taufe statt. Nicht nur der Tunnel, auch die eingesetzten Bohrer bekommen einen Namen. Trotz allerlei Prominenz ist eine Tunneltaufe vor allem ein Event für die Mineure. Zudem geht es darum, den Tunnelbohrmaschinen einen örtlichen Bezug zu geben und so in der Region um Zustimmung für das Projekt zu werben. Die Maschine der Südröhre wird von Schülerinnen einer Wendlinger Realschule getauft. Wir taufen dich auf den Namen Wanda. Der Name ist ein Akronym und steht für Wendlingen am Neckar durchs Alpvorland. Die Nordmaschine ist nach Sibylle von der TEC benannt, einer Sagengestalt aus der Region. Eine weise Frau, die große Schätze besaß und den Armen half. Aus Gram über ihre Söhne verließ sie die Gegend. Ihre Namensvetterin bleibt die nächsten anderthalb Jahre hier. Drei, zwei, eins und los geht's! Das sogenannte Andrehen ist nur symbolisch. Erst einen Monat später wird Wanda ihren Weg in die Dunkelheit aufnehmen. Nicole Hoffmeister-Kraut tritt ihre Arbeit dagegen jetzt schon an. Sie ist Tunnelpatin und damit einer der wichtigsten Menschen an der Baustelle. Ich wünsche Ihnen, liebe Mineure, viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit, gutes Durchhaltevermögen und allzeit einen sicheren Tunnelbau. Mögen Sie alle gesund und wohlbehalten Ihre Arbeit zu einem guten Abschluss bringen. Gottes Segen und Glück auf! Als Tunnelpatin vertritt Hoffmeister-Kraut die heilige Barbara auf Erden. Sie leistet den Mineuren Beistand und leiht Ihnen ihr Ohr. Damit ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin für die Tunnelarbeiter, denn der Job ist hart. Also für mich ist es eine große Ehre, zum einen für dieses, einer der größten Projekte jetzt hier bei der Ausbaustrecke um Wendlingen, den Alp-Vorland-Tunnel Patin stehen zu dürfen und die irdische Vertreterin der Barbara. Dadurch in dieser Funktion meinen Schutz, meine Hände, meine Begleitung für die Mineure. Das ist eine Ehre, die wird nicht vielen Menschen zuteil. Ich bin stolz drauf und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten Jahre, wo ich die Mineure begleiten darf. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, ich wünsche keine Unfälle, ich wünsche einen störungsfreien Bau, ich wünsche Ihnen Glück auf. Drei Monate später sind die Maschinen bereits halb unter der Erde. Eine der größten Gefahren im Tunnelbau ist ein Feuer. Fluchtmöglichkeiten gibt es im Tunnel dann keine. Uwe Stenner und seine Kollegen wollen sich nicht alleine auf himmlischen Beistand verlassen. Wanda und Sibylle verfügen daher über Rettungscontainer, die 24 Stunden lang Schutz für 26 Menschen bieten. Die wesentliche Tätigkeit des Containers ist, hier hinten ist ein großer Wassertank. Das Wasser wird grundsätzlich gekühlt, ergibt dann quasi Kälte ab, damit der Container bei einer steigenden Außentemperatur in immer noch eine Temperatur erzeugt, in der man diese 24 Stunden abwarten kann. Weil ansonsten würde man hier, wenn das Feuer zu dicht ist, gekocht werden. Das ist die eine Maßnahme. Die zweite Maßnahme ist, wir haben hier die Luftversorgung. Das heißt, wir haben hinten Druckluftflaschenbatterien drin. Das heißt, die erste Maßnahme, die ich komme, ist, das System einschalten, weil es läuft auch über eine Notstromanlage. Das heißt, wenn die Stromversorgung weggeht, habe ich ausreichend Notstromkapazität, um die 24 Stunden alle Funktionen aufrecht zu erhalten. Das schalte ich hier mit ein. Wenn ich die Anlage eingeschalten habe, muss ich hier gucken, ich habe noch einen Luftanschluss von draußen, wo der Kompressor Luft liefert. Weil ich ja Kohlendioxid erzeuge, also Atemgase, die ich beim Ausatmen erzeuge, gibt es hier zwei sogenannte Scrubber. Da kommt Atemkalk rein, der ist hier unten in den Boxen vorrätig. Den kippe ich einfach hier rein, schalte den Scrubber an und der zieht mir die CO2 aus der Luft raus, damit ich nicht an CO2-Vergiftung eingehe. Hier im Rettungscontainer weiter haben wir hier die Wasserflaschen, die Trinkwasserflaschen für die 24 Stunden. Hier oben sind die Messgeräte für die Luftmessung, die auch die Alarmanzeigen bedienen. Der Vorhang dient einerseits als Abtrennung für die Chemietoilette, die hier hinkommt, andererseits ist es auch ein Rauchvorhang. Wenn die Tür während der Verrauchung auf und zu geht, weil Leute kommen, soll der Rauch rausbleiben. Zusatzausrüstung sind hier diese Kreislaufatenschutzgeräte. Das ist für die Rettungstrupps, die wir vorhalten müssen zur Brandbekämpfung mit den eigenen Leuten. Da sind speziell ausgebildete Leute, die die bekommen und mit denen sie vier Stunden autark von jeglicher Außenluft sind. Das ist ähnlich wie bei der Feuerwehr, die diese Geräte dann auch hat als Kreislaufatenschutzgeräte. Ansonsten haben wir hier noch Restausrüstung wie Medizinkasten, Rettungstragen. Man passt immer auf, weil es ist und bleibt ein schon, ich will nicht sagen risikoreicher Arbeitsplatz. Wenn man aufpasst, ist es normal. Aber man muss halt schon aufpassen. Man arbeitet auf beendetem Raum in einer geschlossenen, ich sag mal Röhre und das erfordert einfach gewisse Achtsamkeit. Derweil hat Sibylle zwei Meter Vortrieb geschafft und ist somit bereit für den Ringbau. Auf zwei Fahrten verteilt werden Tübbinge für den Einbau geliefert. Gebracht werden die Stahlbetonteile von sogenannten Multi-Service-Vehicles, die in den Nachläufer der Maschine hinein- und wieder hinausfahren können, ohne zu wenden. Kamil Popovic stoppt die Maschine, damit seine Kollegen den Ring einbauen können. Hier sehen wir die Zylinderausweitung. Daraus erkennen wir, wann wir den nächsten Ring bauen können. Wenn der Vortrieb beendet ist, dann ist Ringbauzeit. Die Steine werden einzeln in den Segment-Feeder gefahren, von wo sie an der Tunnelwand eingebaut werden. Wie Lego-Steine hebt der Kran die 10,5 Tonnen Brocken mühelos mit einer Vakuumplatte an. Jeder Handgriff muss sitzen, das Team genau aufeinander eingespielt sein. Natürlich ist das ganze Team wichtig. Jede Sektion, jeder Mann. Ohne sie können wir den Vortrieb nicht machen. Es ist nicht nur der TBM-Fahrer, so wie die Ringbauer, die Mörtel-Einspritzer, das ganze Support-Team. Wir sind ein Team und wir arbeiten als Team. Die Tümminge werden in der Reihenfolge zum Segment-Feeder gebracht, in der sie eingebaut werden. Liefert der Kranfahrer einen falschen Stein, so muss der mit großem Aufwand wieder zurückgefahren werden. Polier-Günter Müllner passt auf, dass das nicht passiert. Die Reihenfolge der Tümminge, die angeliefert werden, ist laut Konzept vorgegeben. Wir bauen die ersten drei Steine nach rechts, nach oben oder nach links, nach oben. Dann wird oben links und rechts der Flankenstein angebaut und dann anschließend das letzte Stakar-Stein reingeschoben. Dann ist der Ring wieder fertig. Nach Ladefolge werden wir dann bauen. Die Tunnelbauer werden durch den Schildmantel geschützt, der sich zwischen ihrem Arbeitsbereich und der Tunnelwand befindet. Die Steine werden mit einem speziellen, leistungsstarken Kranarm, dem Erektor, bewegt. Der Erektor-Fahrer steuert sein Gerät auf Sicht und wird dabei von seinen Kollegen unterstützt, damit der Stein seine genaue Position findet. Der Erektor ist ein sehr kompaktes Gerät an sich. Der hat die Funktion, der kann sich ringsherum drehen. Der hat zwei Arme, links und rechts, die aus rot und blauen Hubarme gekleidet sind. Der hat auf diesen Arme ist diese Vakuum-Saugplatte angebracht. Die saugt den Tübingstein mit 0,8 bis 0,9 Bar Vakuum-Unterdruck an. Der fährt dann auf diese Steine rauf, saugt den Stein an, bringt ihn nach vorne in Position, dreht ihn in die Position, zieht ihn dann zurück zum zuletzt gebrauten Ring. Dann wird er eingerichtet. Das heißt, beim Erektor kann man den Stein auch verkippen und am Tisch selber verdrehen. Er wird exakt auf Millimeter eingerichtet mit diesem Erektor, Multifunktionsgerät. Und danach fahren die beiden Vortriebsdressen ran und drücken den Stein an den zuletzt gebauten Ring. Der Erektor löst das Vakuum, fährt runter, fährt zurück, holt sich den nächsten Stein. Die Vortriebspressen fahren von der Stelle zurück, an der ein neuer Stein gesetzt werden soll. Der kleinste Tübing ist der sogenannte Schlussstein, der den Ring am Ende schließt. Seine Position lässt sich genau berechnen. Ist der Schlussstein gesetzt und der Ring somit komplett, schieben sich die Vortriebspressen wieder nach vorne und drücken die Maschine weiter. Bis zum nächsten Ring. Die Pressen drücken zudem den neu gesetzten Stein an den zuvor gebauten Ring. Dabei wird kontinuierlich Mörte zwischen Tübinge und Baugrund gefüllt, um die Röhre zu stabilisieren. Insgesamt brauchen die Menüre etwa eine halbe Stunde, bis der Ring fertig ist. Sofern nichts schief geht. Das hängt besonders vom Erektorfahrer ab. Erektorfahren ist eigentlich Erfahrungssache. Da werden manchmal Leute neu eingeschult dazu. Und nach einer gewissen Weile, wenn der Polier denkt, der Mann ist zu weit, dann darf er das Gerät benutzen. Es ist ja nicht nur so, dass der Mann das Gerät steuern kann. Das ist eine Arbeit, die mit höchster Konzentration vonstatten geht. Der Mann darf sich durch nichts ablenken lassen. Weil wenn der einen Fehler macht an seiner Fernbedienung, kann das Menschenleben kosten und die Schäden extrem hoch sein. Millimetergenau muss der Erektorfahrer seine Maschine steuern. Denn die Tübinge müssen genau aufeinander passen, damit der Ring am Ende auch vollkommen dicht ist. Eine Aufgabe, die hohe Konzentration erfordert. Wenn man den Ring falsch baut, zum Beispiel, man baut zweimal zwei Millimeter zu weit nach außen, dann wird das Schlusssteinmaß, was man dann für den sogenannten K-Stein braucht, einfach zu groß. Und dann werden die Fugen zu weit offen und die Dichtungen würden sich nicht quetschen. Das heißt, es kommt dann Wasser rein beim Ring. Darum ist Genauigkeit auf den Millimeter das Wichtigste überhaupt. Wie genau die Männer gearbeitet haben, zeigt sich jetzt. Der Schlussstein oder K-Stein muss noch an die richtige Stelle platziert werden. Ob das passt? Der K-Stein ist der letzte Stein, den wir einbauen. Der K-Stein kompletiert den Ring wie ein Verschlusssegment. Das Computersystem hilft uns, die richtige Position zu finden. Ansonsten müssten wir viel Zeit für Messen und Rechnen aufwenden. So geht es viel schneller. Popovics Kollegen haben alles richtig gemacht. Der Schlussstein sitzt perfekt. Der Ring ist komplett. Zehn Stunden täglich unter der Erde, ohne Sonnenlicht und weist weit von zu Hause weg. Für den Tunnelbau muss man geboren sein. Die Faszination an meinem Beruf, ja. Als erstes ist es einmal die Kameradschaft, die vorherrscht in der Schicht, in den eigenen Leuten, mit denen ich arbeite. Ja. Und der Job an sich ist auch irgendwie sehr interessant, weil immer wieder neue Situationen vorherrschen, die man dann mit seinem Fachwissen eigentlich bewerkstelligen kann. Und da sieht man dann, ob ein Mann qualifiziert ist oder nicht. Das ist eine sehr interessante Arbeit. Ich liebe meinen Job. Und ich habe auch nicht vor, mit 60 Intentionen zu werden. Dieser Ring ist fertig. Popovics kann die Maschine wieder in Gang setzen und mit dem Vortrieb fortfahren. Mehr als 7.000 Ringe müssen die Menüre noch bauen. Eine Sisyphus-Arbeit. Aber Popovic freut sich drauf. Meine Arbeit ist ganz schön schwierig und wichtig und gefährlich. Sie macht mich glücklich. Ich mag das Gefühl, einen wichtigen Job zu machen. Und es ist toll, Teil dieses Projekts zu sein. Die Deutsche Bahn wird sehr davon profitieren. Wir sind dabei erst am Anfang. Wir haben erst 19 Ringe gelegt. Da werden noch viele, viele folgen. Wir werden sehen, wie es nach dem ersten Kilometer weitergeht. Die Ein-Kilometer-Marke ist immer ein magisches Ziel. Ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit hier bei diesem Projekt. Bis der erste Kilometer geschafft ist, dauert es noch viele Wochen. Kamil Popovic und seine Kollegen sind stolz auf ihre Arbeit im Maulwurf aus Stahl. Die Faszination, an neue Orte unter der Erde vorzustoßen, treibt sie an.